Bildung macht uns stark, selbstbewusst und unabhängig. Das haben mir schon meine Eltern mit auf den Weg gegeben. Dass Mädchen genauso viel können wie Jungs und dass Bildung uns niemand mehr nehmen kann. Wir sehen, dass unsere Schulen noch lange nicht so modern und digital sind, wie sie sein müssten. Sie sind die Startbahn, dass jeder Pilot seines Lebens werden kann. Und den Menschen ist es auch egal, wie wir miteinander arbeiten. Bund und Ländern, sie wollen, dass unser Bildungssystem funktioniert. Es muss egal sein, ob man ein Studium oder eine schulische Ausbildung machen will. Deswegen müssen wir mit dem BAföG neuen Schub dahin geben, dass jeder seinen Lebensweg selbstbestimmt gehen kann. Wenn wir Forschung und Innovation stärken, dann profitieren wir alle davon. Wenn wir es zum Beispiel schaffen, nur ein Stahlwerk auf Wasserstoff umzustellen, dann ist das so viel, wie eine ganze große Stadt an CO2 ausstößt. Damit bekämpfen wir den Klimawandel. Wir müssen auch die Potenziale, die wir in den Hochschulen haben, die exzellente Forschung, müssen wir schneller in die Praxis bringen, damit wir alle von den neuen Technologien profitieren. Neue Technologien, besser als Verzicht. Neue Technologien, besser als Verzicht. Neue Technologien, besser als Verzicht.